EFREM Ja, den EFREM kenne ich eigentlich nicht wirklich gut. Ich habe einmal ein Foto von ihm auf Facebook gesehen. Ich habe gefunden, er sieht gut aus. Und dann habe ich ihm eine Freundschaftsanfrage geschickt. Und die hat er angenommen. Und seitdem bin ich mit ihm ein bisschen in Kontakt. Ja, und ich finde einfach, er macht lässiges Zeug. Er ist ein guter Typ. Darum... ...unterstütze ich ihn auch, wo ich kann.